Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1567. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wenn alle mit den Ergebnissen zufrieden sind, können wir diese Sitzung jetzt beenden. Wenn alle mit den Ergebnissen zufrieden sind, können wir diese Sitzung jetzt beenden. Meine Aktien haben ihren Verlust wieder aufgeholt. Meine Aktien haben ihren Verlust wieder aufgeholt. Unsere Statistik sieht nicht gut aus. Der Umsatz ist zurückgegangen. Unsere Statistik sieht nicht gut aus. Unsere Statistik sieht nicht gut aus. Der Umsatz ist zurückgegangen. Das Schwimmbad ist noch geschlossen. Es öffnet frühestens im Mai. Das Schwimmbad ist noch geschlossen. Es öffnet frühestens im Mai. Das Schwimmbad ist noch geschlossen. Es öffnet frühestens im Mai. Außerdem bin ich für den Betrieb unserer automatischen Bewässerungsanlage zuständig. Wir hatten einen Rohrbruch. Hast du die Häuser in der Altstadt von Amsterdam gesehen? Hast du die Häuser in der Altstadt von Amsterdam gesehen? Du kannst sie auch sehen, wenn du mit einem Boot über den Kanal fährst. Hast du die Häuser in der Altstadt von Amsterdam gesehen? Du kannst sie auch sehen, wenn du mit einem Boot über den Kanal fährst. Ich glaube, du hast mich gründlich missverstanden. Ich glaube, du hast mich gründlich missverstanden. Ich baue Bananen an. Sie werden in die ganze Welt geliefert. Ich baue Bananen an. Sie werden in die ganze Welt geliefert. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich bin Köchin im dritten Lehrjahr, bald ist meine Prüfung. Ich bin Köchin im dritten Lehrjahr, bald ist meine Prüfung. Ich schlage vor, sich einer gründlichen ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Ich habe Schmerzen. Ich brauche dringend eine Massage. Ich habe Schmerzen. Ich brauche dringend eine Massage. Wir haben uns dazu entschieden, im nächsten Monat zu heiraten und laden alle dazu ein. Unsere Koffer stehen bereit. Die Reise kann beginnen. Unsere Koffer stehen bereit. Die Reise kann beginnen. Hänge diese Tafel an eine Wand, die du immer im Auge hast und schreibe deine Ideen auf. Hänge diese Tafel an eine Wand, die du immer im Auge hast und schreibe deine Ideen auf. Das Waffeleisen ist warm. Wir können den Teig hineingeben. Das Waffeleisen ist warm. Wir können den Teig hineingeben. Kommst du mit in diesen Laden? Ich würde gerne die Schuhe anprobieren. Bei Eis und Schnee werden Winterreifen mit gutem Profil benötigt. Wann hast du den Luftfilter im Auto zuletzt gewechselt? Wann hast du den Luftfilter im Auto zuletzt gewechselt? Spaziergänge mit dem Hund stärken auch das Immunsystem des Hundebesitzers. Spaziergänge mit dem Hund stärken auch das Immunsystem des Hundebesitzers. Spaziergänge mit dem Hund stärken auch das Immunsystem des Hundebesitzers. Ich schenke meiner Freundin Lisa zu ihrem 30. Geburtstag einen Blumenstrauß. Ich schenke meiner Freundin Lisa zu ihrem 30. Geburtstag einen Blumenstrauß. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Glockenlänge mit dem Hund stärken. Glockenlänge mit dem Hund stärken. Ich schenke mich an, die Jungs aus dem Hund stärken. Ich schenke mich an, die ich mich an. Vielen Dank.